ich bin auch noch hinstellen und noch irgendwas genau die pirat und die prinzessin das passt doch noch ein putzkraft einstellen weiß ja nie dann bauen wir jetzt noch ein paar bürger boden shops in fändeltees schießt die store das klingt doch cool das wurde der eingang ist das ist der engel kannst du nicht hinbauen das finde ich hinbauen das geht gibt es noch das chief heute ich glaube das in die toiletten dann ja sind toiletten dann ist glaube ich auch ziemlich wichtig dass man toiletten baut macht man den ein bisschen dicker ich sollte mich in irgendeine hauptfahrer geht das wird der hauptweg der hauptweg wird jetzt immer in der farbe hier sein reicht schon hast schon ende fahrt muss ich hier nämlich noch die verbindung rot wird ausgang ne blau mach mal ausgang rot wird irgendwie zubringer von denen keine ahnung was ist ja egal das was jetzt einfach mal so als wissen die leute wo sie hin müssen schau da schon mal nicht so schlecht aus können irgendeinen weit bauen das geht es auf die die schaue klasse aus wird vor allem nach spaß aus so klein entschuldigt den exit machen gleich mir hierhin ist eben das so hoch will doch gar nicht warum baust du die treppe hallo soll jetzt ich gern wissen und eine treppe bauen willst wir von hier wird verwirrt ja gut dann vielleicht sind wir den entrance eben hier wenn es da drüben nicht hin wird der fahrt und zart das ist hauptweg das ist exit genau vor allem hauptweg möchte ich gerne verbinden über haben das schreckt kann man glaube ich so lassen so laternen wo es sind keine laternen das sind da kann man zum chief beef stadt noch hinstellen okula laser cool da kann man die gebäude ausleuchten hey das ist ja richtig geil war da nicht alles da hast du so viele möglichkeiten kannst du echt dein verspieltesten ding machen um da da keine ahnung was alles aufzustellen das ist richtig klasse wenn keiner mit der achterbahn fährt wenn ich das jetzt noch verschwenden kann man das heißt der color ding color da machen wir rot das geht auch die klassen und du bist doch offen da ich muss es noch testen wie teste ich denn das mit dem testing statt test der sollte vielleicht sowas auch testen jetzt werde ich mal aufmachen sollen so der scheint cool kann man da auch mitfahren ja man kann mitfahren wie geil ist das wu 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 was haben wir denn da noch alles gut an die Lichter sind cool die Lichter brauche ich hier noch ein paar Mal kann man auch noch so Felsen hinstellen dass man da alles machen kann das ist echt geil du kannst echt deinen Lieblingsvergnügungspakt nachbundern du hast alles du hast wirklich alles was ist denn das Oh Laser! Oh ich mach ja Laser so Sparkeldinger hinsetzen und Rauch Alte die wollen an in die Achterbahn Da wird noch ein paar Torches hinbauen, damit die Leute auch sie sehen. Dann brauche ich noch ein paar von den Lichtdingern. Ich will noch ein paar von diesen Lichtdingern. Ich möchte die Achterbahn noch ausleuchten. Wo waren denn jetzt diese Lichtdinger da? Ich glaube, ich brauche noch eine Achterbahn. Was ist denn irgendwo, wenn es... Ist ja auch so riesig. Vor die... Bei den Falcon habe ich gebaut. Der schaut echt riesig aus, ey. Ja, Junge. Preis Entrance. Da muss ich ein bisschen Platz machen im Entrance. Die brauchen, glaube ich, ziemlich viel Platz hier. Ah, Exit kann ich auch hier hinbauen. Perfekt. Place Q. Kann ich da irgendwie vielleicht die... Nein, nenn ich... Nicht in the track. Nein, 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 nein. Ich wollte von der Position irgendwie, dass man da... ... runtergeht. Das muss doch irgendwie gehen, ey. Irgendwie ging das doch. Irgendwie muss ich doch hoch und runter bauen können. Irgendwie muss ich doch hoch und runter bauen können. Hier kann ich ihn runter und hoch bauen. Also war das nicht irgendwas mit Shift? Ah, mit Shift und jetzt weiß ich auch, wie es geht. So, jetzt kann ich das dann auch hoch bauen. Endlich. Na, jetzt wollte ich es eigentlich nicht bauen. Egal. So. War jetzt noch im normalen Pfad, was immer gesagt, sind Exits. Wir haben irgendeine bestimmte Farbe, wenn man genau das hier ist, Exits. Das würde ich jetzt mal einheitlich machen. Damit das auch immer überall passt, ey. So. Und das machen wir das hier eben einfach auch. Perfekt. Dann. Nein. Ich hab's gelöst. Ich hab's gelöst. Ach, scheiße. Wollte doch gar nicht löschen. Wollte sie platzieren. Äh, testen. So. 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 So kann man das, glaube ich, lassen. Jetzt schauen wir mal, wie der Test funktioniert. 4, oh nein, oh, 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 oh. Oh Gott, das ist so ein... Oh Gott. Was hab ich da gebaut? Die fahren doch da niemals damit. Oh Gott, die werden damit niemals fahren. Auf die sind sie anscheinend auch verrückt wie blöde, ey.